Herzlich Willkommen! In diesem Video wollen wir uns jetzt mit OER und Hochschule beschäftigen, also das wirklich aus diesem sehr speziellen Blickwinkel betrachten und da auch nochmal den Schwerpunkt auf österreichische Hochschulen eigentlich legen. Und dazu hat also das Forum Neue Medien Austria in der Lehre, kurz FNMA, ein Empfehlungsschreiben entwickelt, letztes Jahr eigentlich. Und in diesem Empfehlungsschreiben haben wir verschiedene Dinge mehr oder weniger entwickelt und zuerst einmal OER an sich in Österreich betrachtet, mal gesagt, wie ist der Stand, ist der Ist-Stand in Österreich und was empfehlen wir, wie sollen Hochschulen in naher Zukunft mit diesem Themenfeld umgehen. Dabei betrachten wir also nicht nur die Hochschulen, sondern natürlich auch noch den Gesetzgeber, also das Ministerium, welche Rolle also auch dieser Stakeholder in dem gesamten Themenfeld spielt. Und das Wesentliche in diesem Empfehlungsschreiben sind eigentlich, dass wir dort sieben Argumente bringen. Sieben Argumente, die eigentlich sehr stark für OER sprechen. Und das erste Argument ist, dass OER ein Treiber und auch ein Möglicher für offene Lernszenarien ist. Das heißt, erst dadurch, dass die Bildungsmaterialien offen und frei zur Verfügung stehen, können wir also davon ausgehen, dass Studierende sie auch in verschiedenen Lern- und Lehrszenarien verwenden können. Es ist völlig egal, wie sie miteinander kollaborieren, wie die Dokumente zusammengespielt und weiterkopiert werden, verändert werden. Und dadurch sind diese offenen Lernszenarien einfach durch das Material an sich schon unterstützt. Das zweite große Argument ist, dass eine digitale Gesellschaft oder wir bezeichnen uns auch sehr gerne als Wissensgesellschaft, sich etwas schwer tut, wenn sie also nicht zu diesem Materialien gelangt. Das heißt, die digitale Gesellschaft braucht freie Bildungsressourcen und diesen freien Zugang zu Wissen, um auch einen offenen Austausch führen zu können und tatsächlich sich auch Wissen aneignen zu können. Und dazu braucht es einfach offene Informationen. Und das haben wir natürlich jetzt in der Historie gesehen, durch die Bibliotheken zum Teil geschaffen. Nur verlagert sich das also jetzt zunehmend natürlich auch online. Das dritte Argument ist, dass Open und Educational Resources, also freie Bildungsressourcen, auch ein Motor für die Zusammenarbeit. Zusammenarbeit zwischen Schulen und Hochschulen, zwischen Hochschulen, Universitäten und der Wirtschaft. Das heißt also, das ermöglicht natürlich plötzlich, dass wir sehr einfach und unkompliziert mit Bildungsmaterialien umgehen können und uns hier in einen wirklich aktiven Austausch begeben. Die Wirtschaft vielleicht wieder zurückgreifen kann auf die neuesten Erkenntnisse der Hochschule und damit das ein viel einfacherer Zugang ermöglicht ist. Also nicht nur Gesellschaft, sondern im Detail noch viel mehr Zusammenarbeit gefördert wird. Ja natürlich, das vierte Argument liegt auch auf der Hand. Also OEA ist ein Motor für Inklusion. Das heißt also Personen, die aus verschiedensten Gründen vielleicht gar nicht die Hochschule besuchen können, haben also da vielleicht die Möglichkeit, also an Bildungsmaterialien zu kommen und sich trotzdem in einer selbstgesteuerten Weise vielleicht weiterzubilden oder eben also auch so die Hochschule von der Ferne aus also leichter zu absolvieren und damit ermöglicht man natürlich auch solche Situationen. Der fünfte Punkt oder fünfte Argument ist eigentlich ein sehr wesentliches Argument. Das OEA ist auch eine Hilfestellung bei urheberrechtlichen Fragestellungen. Wir gehennen diesen Konvolut an Urheberrecht, der durch diesen MOOC begleitet uns der hindurch. Wir wissen, dass sehr viele Beschränkungen bestehen und die freien Bildungsressourcen sind natürlich eine Möglichkeit, also diese urheberrechtlichen Fragestellungen tatsächlich im Bereich der Lehre besser in den Griff zu bekommen. Sie sind also jetzt keine absolute Lösung, aber sie sind eine Möglichkeit, dass man tatsächlich mit freien Bildungsmaterialien hier besser operieren kann. Das sechste Argument ist, dass freie Bildungsressourcen quasi kein Qualitätsproblem haben. Das ist eine sehr provokative These. Aber es hat sich eigentlich gezeigt, dass wir auch in unseren langen Recherchen also nicht wirklich einen wissenschaftlichen Nachweis gefunden haben, dass OEA tatsächlich ein Qualitätsproblem haben. Es wird nämlich oft suggeriert, weil das steht im Netz, hat keine Qualitätskontrolle und so weiter und so fort. Wir hingegen stellen eher fest, dass wenn Personen etwas online stellen, es eher ausgezeichnet gute Materialien sind, im Sinne, dass er sich in der eigenen Reputation gut darstellt und natürlich durch das, dass die Materialien verändert, weiterverwendet, wieder veröffentlicht werden können, diese auch bearbeitet werden wieder und weiter optimiert, verbessert und Sonstiges. Also hier tatsächlich ein Zyklus einsetzt, der das eigentlich zu keinem Qualitätsproblem macht, sondern zu einer ausgezeichneten Qualitätsentwicklung, die wir teilweise in den tradierten Medien so nicht erleben. Und das Letzte ist etwas, das, ich glaube, noch nicht sich wirklich etabliert hat im europäischen oder mitteleuropäischen Raum. OEA ist auch ein Kriterium und eine Quelle für eher gute Lehre. Das heißt, man kann ja das plötzlich auch als eine Art Reputation sehen. Das heißt, ich kann damit nachweisen, welche Lehrleistungen und welche Lehre ich eigentlich leiste, um zu zeigen, also was ich unterrichte und damit auch eine gewisse Reputation eine Qualifikation von Lehrenden darstellt. Das heißt, ich bin auch selbst davon überzeugt, dass in naher Zukunft das ein sehr wesentliches Kriterium zu sagen ist. Ja, aber da kann man nachschauen, was dieser Lehrende bereits alles geleistet hat und im Netz also unter anderem auch veröffentlicht hat. Und wenn man diese Argumente jetzt also so zusammenfasst und darüber nachdenkt, ergeben sich daraus eben die Empfehlungen. Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben in diesem Dokument. Und die gilt für verschiedene Ebenen und auch für verschiedene Stakeholder. Das heißt also, es ist nicht so, dass alles nur die Hochschule jetzt zu tun hat oder so, sondern eigentlich ist unsere erste Forderung, dass OEA, also das Freie Bildungsressource, ganz bewusst durch die öffentliche Hand gefördert werden muss. Also es braucht natürlich auch, also OEA kostet auch Geld, die Erstellung von Materialien verlangt Personalressourcen und sonstiges. Und deswegen ist es explizit notwendig, darauf hinzuweisen. Eigentlich ist die Forderung vielleicht sogar trivial zu sagen, aus Steuergeldern soll auch dem Steuerzahler wieder etwas zur Verfügung stehen. Und dazu braucht es eigentlich nur die sehr einfache Forderung, dass zum Beispiel Ergebnisse aus Projekten sowieso frei zur Verfügung gestellt werden müssen unter einer eben entsprechenden Creative Commons Lizenz. Und das heißt, es ist eigentlich eine Bekenntnis in erster Linie, eine Forderung. Und natürlich, dann muss man natürlich auch von Seiten der öffentlichen Hand sagen, ich fördere das und ich finanziere das natürlich auch, weil es natürlich einen Mehraufwand darstellt, dass ich jetzt das Ganze natürlich noch öffentlich zur Verfügung stellen muss. Aber dazu gibt es Ansätze. Es gibt also Staaten, die das durchaus forcieren und machen. Und also dort hört man eigentlich nur sehr Positives über diese Entwicklung. Dann natürlich braucht es, um das Ganze machen zu können, auch Qualifizierungsmaßnahmen. Das erscheint uns logisch. Das Thema Urheberrecht, freie Bildungsressourcen ist etwas, das quer durch die Hochschulen geschult werden muss. Und man muss natürlich dementsprechende Personen entsprechend qualifizieren. Und dazu sind also Qualifizierungsmaßnahmen an den einzelnen Hochschulen also zu setzen, um also gewährleisten zu können, dass also diese Personen dann auch tatsächlich wissen, wie eine Creative Commons Lizenz erstellt wird und was diese natürlich auch bedeutet. Ein spannender Hinweis und eine Empfehlung ist, die sehr trivial wirkt, aber immer sehr wichtig ist. Also OEA, also freie Bildungsressourcen, sind eigentlich nicht an die Digitalität gebunden. Man sagt es oft sehr gerne in einem Satz, aber OEA beginnt eigentlich beim gedruckten Lernmaterial. Das heißt also, wenn ich auch meinen Studierenden ein Buch austeile, dann kann das sehr wohl auch eine offene Lizenz haben, damit sie das natürlich weiter kopieren können und auch weiter digitalisieren oder wie auch immer. Das heißt also, eigentlich hat diese Lizenz überhaupt nichts mit der Digitalität an sich zu tun, ist aber durch die Digitalität also sehr stark gefördert worden, weil das viel schneller in den Umlauf geht. Ja, und natürlich auch der Hinweis, dass man sagen kann, OEA kann ja auch ein Bild sein. Also ich mache ein Foto und dann stelle ich das unter eine freie Lizenz und damit ist es zur Verfügung gestellt, wenn der Nächste daraus ein Lernmaterial bauen möchte. Ja, und zum Schluss und die sehr große und wichtige Empfehlung ist, es braucht natürlich eine strategische Entwicklung für Open Education Resources. Also rein durch die Idee wird es nicht passieren, dass sich also Hochschulen dorthin entwickeln können. Und das heißt, wir brauchen Strategien, wir brauchen Levels, wir brauchen die Idee, wo sich die Hochschulen hinentwickeln sollen in den nächsten Jahren und wie das also vonstatten geht. Und das ist also eine der wesentlichsten Empfehlungen, die also in diesem Text auch ausgesprochen wurden. Der Text selbst schließt dann mit einer Roadmap und diese Roadmap ist die Idee, also grob zu planen, wo wir glauben, wie wir die österreichische Hochschullandschaft also hier etwas vorantreiben können. Das erste ist so, dass wir eigentlich gesagt haben, dass 2016, wie das Papier entstanden ist, haben wir einen Blick etwa so auf fast zehn Jahre getroffen, bis 2025. Das hat etwas zu tun mit den österreichischen Leistungsvereinbarungsverhandlungen und so weiter. Und wir haben gesagt, das Wichtigste ist natürlich, dass es regelmäßig Austausch gibt darüber, weil wir auch davon ausgehen, dass sich vielleicht das EU-Überrecht in der Zwischenzeit verändern könnte, dass also hier EU-Regelungen kommen und sonstiges. Es braucht Vernetzungstreffen, Personen, die einfach kundig sind auf diesem Thema. Und dazu braucht es also nicht nur Juristen, sondern es braucht natürlich auch die Praktiker, jene, die das einsetzen. Und es braucht natürlich auch so Personen wie uns, die also tatsächlich dann konfrontiert sind in den ganzen Tag mit urheberrechtlich geschützten Materialien. Ja, also es gibt Austauschplattformen zu schaffen, die Möglichkeit zu sagen, wo finde ich denn diese Open Educational Resources? Wie geht das einfach? Wie kann ich draufkommen, dass der Martin Ebner an der technischen Seite gerade jetzt wieder was veröffentlicht hat? Finde ich das einfach? Wie kann ich das also sehr schnell machen? Und es braucht natürlich so etwas, wo einen nationalen Level, das heißt also, wo man sagen kann, was heißt denn das, wenn jetzt eine Universität, also OER an und für sich macht, ist es dann, setzen das zehn Lehrende ein, hundert Lehrende die ganze Hochschule, darf es ausschließlich nichts mehr anderes geben und so weiter und so fort. Also auch hier braucht es Ideen, wie sich das weiterentwickelt. Und damit das möglich ist, in dieser Zeitperiode haben wir uns vorgenommen, dass man zuerst nachdenkt über eine nationale Strategie. Also wie kann das Vorgehen national sein? Dazu gibt es auch derzeit wieder laufende Arbeitsgruppen, die also weiterdenken und sagen, ja, wie kann man jetzt also das national behandeln? Und wo möchte man das von der staatlichen Sicht her hintreiben? Und wie kann man mit den Hochschulen dementsprechend kooperieren? Dann natürlich, wenn das klar ist, wo das Ziel hingeht, geht es natürlich darum, dass natürlich jede Hochschule versucht, jetzt natürlich um dieses Ziel auch zu kommen. Das heißt also, dass die Strategien innerhalb der Hochschulen im Prinzip Richtung Open Education Resources laufen. Und wenn man das hat, dann geht es in den letzten Schritt, also ähnlich in die Umsetzung. Und in der Umsetzung sehen wir also die großen Kampagnen wie Qualifizierungsmaßnahmen, dass also die Hochschulen beginnen, tatsächlich in die Weiterbildungs- und Ausbildungsprogramme Open Education Resources aufzunehmen, die Leute dementsprechend vorzubereiten. Dann natürlich braucht es umfassende Informationskampagnen, weil natürlich rein durch Ausbildungsprogramme wird man nicht so viele oder alle erreichen. Und natürlich auch braucht es diese anfangs auch erwähnte öffentliche und über die Institutionen hinweg geförderten OEA-Projekte. Und damit hoffen wir, dass das langfristig auch wirksam wird, weil wir wollen natürlich nicht, dass das Ganze eine sehr kurze Aktion ist. Und in Summe gesehen will man damit natürlich das Lernen und Lernen fördern, den Zugang zu Wissen fördern, mit der Idee, dass tatsächlich auch Studierende also kein Problem haben, mit diesen Materialien auch zu arbeiten und sehr einfach daran an diese Materialien kommen. Und eines der stärksten Argumente für mich für Open Education Resources ist immer die Argumentation, dass man sagt, ein Studierender kommt ja nicht an der Universität, weil er dann das beste Bildungsmaterial bei uns bekommt, sondern er weiß eigentlich, welche gute Bildung es bei uns erwartet. Und das kann ich nur zeigen, indem ich natürlich auch schon von vornherein mich sehr offen im Sinne der Bildungslandschaft bewege. Damit möchte ich also Danke sagen für dieses Video. Ich empfehle noch einmal, dieses Empfehlungsschreiben vielleicht auch durchzulesen und gedanklich durchzudenken. Wie gesagt, das sind die neuesten Entwicklungen in der österreichischen Hochschullandschaft. Auch die deutsche Hochschullandschaft bewegt sich in diesem Sektor gerade sehr. Und hier ist also sehr, sehr viel in Aufruhr. Und ich gehe davon aus, dass die Entwicklungen hier durchaus vorangehen. Danke sehr.